...probiert und wie wir feststellen dürfen, mit vollem Erfolg. Und man sieht es deutlich, den darfst du nicht zum Schuss kommen lassen, auch und besonders da nicht. Was für ein Schuss aus dieser Distanz, was für ein Tor! So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal betrachten, diesmal mit einer anderen Kamera aufgenommen.